Wow, Meerjungfraumann, ich habe alle deine Comics, Spielzeuge und deinen Briefverkehr. Wow, Meerjungfraumann, ich habe alle deine Comics und Spielzeuge. Äh, ähm, was? Ach ja, das ist dieser Schwammjunge. Also, was sollte ich dir noch sagen? Ähm, was? Oh ja, es ist dieser Schwammjunge. Ich wollte dir gerade sagen... Hilfe, die machen, dass ich mich selbst haue. Hilfe, sie bringen mich dazu, mich selbst zu schlagen.